Herzlich Willkommen bei Match me if you can. Hier ist Frage Nr. 1. Wer gibt mehr Geld für Klamotten aus? Warte, Bruder, okay? Okay. Wer weiß es? Warte. Das ist klar. Hast du schon gemacht? Ja. Du musst einfach logisch überlegen. Okay. Bravo. Gut so. Hast du schon? Ja. Ja. Gut so drauf. Frage 3. Wer ist der talentiertere Fußballer? Denkt logisch nach, Bruder, okay? Okay. Ja, ist so. Drei von drei. Bravo. Frage 4. Wer kommt bei den Mädels besser an? Bravo. Okay. Du weißt. Das ist das. Ja. Ja. Das ist das. Ja. 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 Bravo, Bruder. Nur alles für gewinnen. Frage 5. Frage 5. Wer ist der eitlere? Bruder. Wie viel? 5 von 5. Frage 6. Wer ist der bessere Autofahrer? Ich bin noch mit dir nie gefahren. Bist du mit mir gefahren? Noch nie. Aber ich habe es glaube ich. Hast du schon? Schon lange. Für schon. Ja, ich habe auch. Wie lange hast du noch? Das ist ein Gleichhaltbuch. Was willst du? Ja. War alles. Ja. Hast du schon? Nein, das muss ich noch überlegen. Warte, lass mir Zeit. Was soll das? Wir haben gleichzeitig Führerscheinbekommen, glaube ich. Hast du mit 17? Nein, gerade auch 8 geworden. Ach so, ich habe mit 17. Frage 7. Wer ist der Schnellere? Das war echt der Wut, oder? Ja, habe ich schon. Frage 8. Wer hat den besseren Musikgeschmack? Oh mein Gott. Das kommt eigentlich auf die Hüpfen drauf an, aber... Ja, ein bisschen zu dürfen. Schon macht die mutig immer in der Kabine. Ja, also... Frage 9. Frage 9. Wer zockt besser FIFA? Das ist logisch. Was? Was? Das ist doch einfach immer. Das ist geil. Frage 10. Wer spricht mehr Sprachen? Bro... Ich glaube... Ja, du kannst... Aber was... Schweizerdeutsch und österreichische Deutsch ist eine Sprache, oder? Ja, dann... Bro... Ich kann viel Sprachen. Welche? Französisch, Englisch, Deutsch, Ibo, Pitching English. Boah, von wo soll ich das riechen, dass du Französisch kannst? Schade. Schade. Ja, eine lasst du mir, weißt? Schaut schlecht aus, wenn 15 von 15 ist. Ja. Aber ich kenne auch drei, weißt? Das habe ich gesagt. Ich habe gedacht, du kannst nur Deutsch und Englisch. Ich wusste nicht, dass es Französisch ist. Frage 11. Wer geht öfter zum Buffet? Kommt davon, was für ein Buffet... Wie viel Kilo bist du? 80. Du? 82. Du bist 82? Ja. Ja. Es kommt davon zwischen 18 und 83. Ja, Bro. Aber es ist logisch, glaube ich. Aber warte, das muss ich gut überlegen. Ja, schau mal. Okay, dann denk mal Körper nach, okay? Wer so... Wer mehr Maschine ist, okay? Sag mal so. Bist du bereit? Warte, warte. Bro, was überlegst du? Ja, ich weiß nicht, was du gerne hast, aber du... Bro. Wer... Wer hat mehr Muskel? Hast du schon? Ja. Yes. Bravo. Nein. Aber wir stellen uns blöd wie auf dem Platz. Es funktioniert einfach reibungslos. Frage 12. Wer kommt häufiger zu spät? Ja. Das musst du wissen. Du weißt. Also ich bin noch nie zu spät gekommen. Ja, ich bin immer... Weißt du, wann dort? Aber wann dann? Warte. Bro. Bin ich... Wenn du kommst, bin ich schon dort? Immer, ja. Ja. Danke. Dann... Bruder, ich bin immer halb neun dort. Frage 13. Wer ist der bessere Freistoßschütze? War doch gut überlegt. Nein. Frage 14. Wer ist Zweikampfstärker? Du musst wieder schauen. Wer hat mehr Muskel, Bruder? Ja. Aber Bro. Ja, okay. Aber Bro. Ja, aber... Weißt du, ich spiel dieses Pressing-Ding schon lange. Ja, aber ich weiß. Zweikampfstärkst du, wenn du... Ja, okay. Okay, passt. Was? Und Frage 15. Wer ist beliebter bei den Teamkameraden? Ist auch logisch. Genau, ist ja lange her. Ja. Ja. Okay. Ja.